und Hallo? Was für ein Chat bin ich denn jetzt? Och. Hallo? Ich glaub's ja nicht. So. Ja, genau, jetzt bin ich hier. So, jetzt. Jetzt muss ich mal reinhauen. Das macht voll von... Och, mir macht's auch als scheißenlaute, das Spiel. Ja, genau, jetzt muss ich mal reinhauen. Das macht's auch keine Liebe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, genau. Ja, genau. Oh, das ist ja. Was ist ja so, dass ich nicht? Oh, das ist ja so. Okay. Okay. Oh, das ist ja so. Ich weiß nicht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du wirst du absetzt. Nein! 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 So. Sie müssen sterben, Jason. Sie müssen sterben. Sie müssen sterben. Und tschüss! Und tschüss! Sehen sie schon so weit? Ja, ich bin so weit. Ja, ich Ich So eine bist du also Komm, zieh dich nicht mehr Lass mich unter dein Rock gucken Ah, er wieder Ist doch nicht wahr Alter Ey, das ist ja richtig assi Das ist ja richtig assi Die wollen Ich will dich verarschen, Jason. Ich lasse sie nicht. Ja! Du Wichser, willst du mich verarschen? Ist doch nicht wahr. Jetzt hätte ich dich gehabt. Ich fick dich so. Oh, Fick. 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 jetzt steppst du jetzt steppst du so they deserve to die jason make them suffer so so thank you from the jason don't let them die sind jetzt Wie, wer bin ich? Äh, irgendwas um die 20 rum, warum? Ich spiele auch eigentlich besser, also ich war jetzt in der Runde wirklich schlecht. Oh, 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 oh! Führung. Was denn? Wen meinst du? Wen hast du vor uns mit der Suchte gemeint? Oh! So, noch ein Rauchen. Ihr könnt mich auch Leech nennen, das ist mir Liebe eigentlich. Ja. Ja. Und ich hab dann das Bett gefunden, weil die Tosi dann ein Geräusch gemacht hat. Ja, das war aber auch eigentlich, das war aber auch eigentlich meistens immer zufällig. Und dann hab ich mir gedacht, ja, wenn er eh schon da ist, dann versuche ich ihn zu erwischen, weil dann kann er mich nicht lang nerven. Haha. Ich fand das nicht nett. Ich bin ja noch einmal rausgelaufen, nachdem ich den Schrank zerstört hab und bin nochmal reingelaufen. Weil ich Sense Act gemacht hab und hab gesehen, ah, das Haus ist immer noch rot. Es ist also noch jemand drin und dann bin ich nochmal rein, bin an die Betten ran und dann hat deine Tosi was gesagt. Doch, das war rot. Es war rot. Es war rot. Deswegen bin ich drei oder viermal rein oder raus. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke, meine Fallen waren auch ziemlich gut platziert. Habe ich gesehen? Oh mein Gott, ich muss hier raus, jetzt. So? Oh mein Gott! Ich habe die Batterie... Oh mein Gott! Das ist ja gar nichts. in dem Haus. Das ist ja voller Asi. Ja. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? 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 Ich hab die Batterien. Da ist nichts drin, glaube ich. Also in den Kisten ist das nichts drin. Ich würde... Hä? Habe ich eins übersehen? LOL. Boah, ich echt zu blöd. Hier sind die Raumschlüssel. Ja. Hier? Ja. Hast du eine Karte? Wo ist das Auto? Ich gehe jetzt irgendwo. Wo ist das Auto? 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 Ah! Hier hätte man Tommy Chavez rufen können. Ach der ist schon gerufen. Das ist schon gerufen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah! Hier könnte ich safe sein. Ah! 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 Um, 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 um. Ja, ja, warte, warte. Warte, ich habe eins. Wie kann ich dich heilen? Heile ich da nicht mich? Warte, ich drobe es einfach. Hier. Das Auto braucht Benzin und Schlüssel. Da ist Benzin. Nein, ist das nicht wahr? Das Benzin liegt hier vor der Türe. Das Benzin liegt hier vor der Türe. Ach, Mann. Alle Kops sind nachgerufen. Ist Tommy Tavis schon wieder tot? Ich bin die Zeit. Tag, Alter. Tag, Alter. Tag, Alter. Tag, Alter. Abonniert du dich. Leon! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hätte im Schrank bleiben sollen 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 Ich hätte im Schrank bleiben aquele Wir haben die Schrank bleiben sollen Der Vioned braucht einen Schrank mal aufhören. Ich danke fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön weiter fleißig weiterquarzen. Bis dahin. Rinn gehauen.